Ja, obwohl die Feiertagen vorbei sind, wo man festlich tafelt, vielleicht ist auch das ein oder andere zu Bruch gegangen, weil die Familie wieder mal etwas zu heftig mitgegessen hat. Dann ist es an der Zeit, dass sie sich ein neues Service besorgen und da haben wir jetzt für Sie ein tolles Angebot, nämlich aus Opal-Glas. Kai, Opal-Glas. Ja, also eigentlich auf Deutsch gesagt, unkaputtbar. Hast du es gesehen? Also ich mache das gerne nochmal, da wäre jetzt normalerweise jede Tasse kaputt. Ja, weil unter diesem dünnen Teppich ist ein harten Betonboden. Ja, genau so ist es, aber das macht ehrlich gesagt den Tassen hier gar nichts aus, denn Opal-Glas ist ganz speziell gehärtet und deswegen haben Sie für vielleicht mal einen Polterabend dann die Möglichkeit, dass das ein bisschen lecker dauert. Das gibt es doch gar nicht. Oder Sie sagen sich einfach, ich brauche ein Alltagsgeschirr, was ordentlich was mitmacht, spülmaschinenfest ist, mikrowellengeeignet ist und wo ich eben nicht sofort eine Katsche drin habe. Denn was ich schade finde, wenn irgendwo so ein kleines Eckchen im Service nur bei einem Teller fehlt. Ist es unordentlich. Ist das ganze Service kaputt. Macht schon wieder keinen Spaß mehr. Und da haben wir eben speziell drei verschiedene Service, je nachdem, was Sie für einen Geschmack haben für Sie, aber eben alle aus Opal-Glas. Alle jeweils für sechs Personen. Das bedeutet also sechs Speiseteller. Harry zeigt es Ihnen gerade bei unserem ersten Opal-Glas-Service mit Blumendekor. Sechs Suppenteller, auch ganz wichtig jetzt in der kalten Jahreszeit. Ich esse nämlich auch gern Süppchen. Ist ganz lecker. Sechs Desserteller, sechs Kaffeetassen, von denen ich schon drei gerade auf den Boden geworfen habe und sie leben immer noch. Mit den passenden Untertassen und sehr schön noch eine große Schüssel jeweils mit drin. Ich kenne nichts Robusteres als Opal-Glas. Ja, und es ist sehr, sehr schön. Es ist natürlich von unseren Partnerfirma Rosenstein & Söhne. Klar, von wem sonst. Und hier steht ja auch alles drauf, für was es alles geeignet ist. Man kann es sogar in der Mikrowelle, Waschmaschine drin haben. Und das ist natürlich schön. Herrlich an diesem Dekor ist es diese pastellfarbigen Blüten, die hier gemacht worden sind, der sich dann in eine goldene Linie in einen quasi Ringast bis zum Ende oder hier noch diese hohlen Blüten. Also eine sehr dezente, hübsche Dekoration. Und das setzt sich dann fort hier in den Schüssel, in die Suppenteller, in die Kuchentellerchen, beziehungsweise dann auch hier bei den Untertassen, die hier genau dasselbe Muster wieder drin haben. Also ein Dekor, was sich durchsetzt bis zum letzten Teil von diesem, wieviel Teiligen? Das sind zwölf? 31 Teilige insgesamt. Ja. Also 30 Teile, sechs mal fünf ist 30. Und dann eben jeweils die Schüssel mit dazu. Kriegst du nämlich normalerweise auch dann nur als extra, musst du die Schüssel wieder dazukaufen. Kriegen sie bei uns alles für 37,91 Euro. Es gibt einen großen Hersteller, die haben irgendwas mit Rock zu tun. Und du weißt, wie ich meine. Und die kamen früher auf den Markt mit schwarzem Glas. Und das in diesen sechseckigen Bechern. Unkaputtbar. Also ich glaube, bei mir in der Familie gibt es zwei, drei Menschen, die das auch immer noch haben. Opalglas ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Aber ich fand diese Schwarzfrüh immer so hässlich. Ja. So sechseckig und schwarz, das passt natürlich nirgendwo. Hier haben sie es in weiß. Sieht wunderschön aus. Und das ist für mich so vom Dekor so ein wunderschönes Frühlings- und Sommer-Service. Ein herrliches Frühstücks-Service. Hier drin die Müsli, da drin die Früchte. Und schon hat man den gedeckten Tisch vom Allerfeinsten. Das kriegen sie bei uns nochmal für 37,91 Euro. 31 Teilig. Und durch diese glatte Opalglas-Oberfläche natürlich wesentlich einfacher zu reinigen. Also zum Beispiel auch, wenn sie jetzt wirklich was drauf hatten, wie Käse, der normalerweise auch festbackt. Alles wesentlich leichter runterzukriegen. Und Tatsache ist eben Opalglas. Hält halt wirklich was aus. Der, er kann es nie klassen. Ich finde das gut. Weil das ist doch echt mal eine Sicherheit. Gerade wenn sie jetzt kleine Kinder haben, wenn mal was runterfällt. Na gut, wenn dann der Kaffee oder der Tee dann unten aufgewischt werden muss, ist es ja völlig in Ordnung. Aber wenn das Service dann kaputt ist, das finde ich schon sehr schade. Wenn Sie das erste haben wollen, das erste Set, ich packe den mal wieder hoch, denn das kommen wir noch zum dritten dazu. Dann brauchen Sie bei uns einfach nur zuzuschlagen unter der Bestellnummer NC 2954, unter 569. Das ist jetzt mal ein bisschen bunter, ein bisschen kräftiger. Jetzt gehen wir mal zu unserem zweiten Service. Und das finde ich sehr schön. Das ist nämlich so ganz, ganz, ganz fein gehalten. Bisschen nostalgisch und dabei wirkt es hoch und ultramodern. Ja, auf jeden Fall. Und das hat natürlich eine sehr feine Zizillierung, kann man schon fast sagen. Auch sehr floral, aber dadurch, dass das fast weißgrau ist, ist das Ton in Ton. Und damit macht es schon sehr viel. Also ich finde das ein sehr, sehr schönes, edles Dekor. Auch hier wieder Gastronomiequalität ist ja nun nochmal ein ganz anderer Standard als ein normales Porzellan zu Hause. Aber dieses Opal-Glas, das ist ganz wichtig, das kriegen Sie eben wirklich nicht kaputt. Wenn Sie also für den Alltag, für jeden Moment ein wunderschönes Geschirr suchen, auch hier wieder 31-teilig, dann sollten Sie hier zugreifen. Und das ist für mich jetzt sowas, das kann ich sogar zu besonderen Anlässen, wenn ich jetzt immer noch vielleicht am Wochenende mal die Mädels zu Hause habe, also ihre Freundinnen kommen und sie ganz gemütlich ein bisschen Konditoren wollen. Also nachmittags Kaffee trinken, schön Kuchen essen. Dann ist das trotzdem auch jetzt in der kalten Jahreszeit immer noch ein wunderschönes Service, was überall auf jede Tischdeko passt. Ja, absolut. Hier macht es Spaß zuzuschauen, auch hier wieder sechs Tassen mit Untertassen, sechs Frühstücksteller, dann haben wir sechs von diesen Suppenteller, beziehungsweise ich sage Joghurt- und Müsli-Teller. Wir haben natürlich auch sechs große Teller, die flachen Teller für das Abendessen und hier noch eine schöne Schale mit dazu. Eine Schale für entweder Gemüse oder Kartoffeln oder zum Frühstück dann Joghurt, Müsli, Obst und was man alles drin haben möchte. Also ein herrliches Dekor, Spülmaschinen geeignet und Mikrowellen geeignet, das ist sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig, ja. Weil, wenn Sie kennen das schon, wenn Sie zum Beispiel das Hotel haben mit einem Goldrand und der ist metallisch und Sie stellen den in die Mikrowelle, dann knircht es und knatscht es und gibt Funken und komischerweise ist dann der Goldrand weg. Aber hier ist das nicht der Fall. Hier ist dieses Geschirr absolut Spülmaschinen geeignet. Und das Tolle ist, das Dekor ist ja ins Glas eingearbeitet. Das heißt, das Dekor kann sich auch nicht abgreifen. Denn es gibt viele Dekore, die sehen nach Jahren einfach dann leider Gottes benutzt aus, die bleiben aus. Alles das kann bei Opal Blas eben nicht passieren. Und das ist für mich auch ein wirklicher Klassiker, denn so ganz fein ziseliert mal ein bisschen Muster drauf, ist wesentlich zeitloser, wenn Sie jetzt wirklich ein schönes Geschirr suchen für ewig. Oder zum Beispiel jetzt für die Aussteuer. Vielleicht haben Sie ja jemanden, der gerade in die erste eigene Wohnung zieht. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Ja, und vor allen Dingen dann hier schlägt wieder der Preis. Weil wenn man sieht, 31 Teile hat das Ganze. Und wenn man dann sieht, was es kostet, dann bedeutet das, dass es 1,30 Euro pro Teil kostet. Und das ist, da habe ich schon andere Geschirr stehen sehen. Ja, vor allem Opal Glas wird normalerweise für ganz teuer Geld rausgegeben. Also diese bla bla bla, Rock, wie sie da heißen, da können Sie sich zwei Tassen für 16,90 Euro kaufen. Bei uns kriegen Sie ein 31-teiliges Service in diesem Wunderschirm, also ein bisschen so ganz leichter Silbertouch. Sehen Sie, das leuchtet auch total schön im Licht. Kriegen Sie komplett 31 Teile für 47,41 Euro. Wenn das nicht mal ein Preis ist, dann weiß ich es auch nicht. Nein, dann wissen wir es beide nicht. Sie sollen jetzt zuschlagen. Entweder Sie bringen Ihre Bestellung unter www.pearl.tv oder aber unsere Telefonzentrale 0180 51 51 und dreimal die zwei nehmen gerne Ihre Bestellung entgegen. Aber warten Sie nochmal einen Moment ab. Vielleicht sagen Sie, dass dieses Dekor das Richtige wäre. Es gibt ja Menschen, die rundes Geschirr schön finden. Es gibt aber auch diejenigen Menschen, die sagen, ein bisschen mehr Ecken und Kanten, ein bisschen moderner. So wie ich. Ecken und Kanten. Ecken und Kanten. Ja. Dann haben wir natürlich jetzt noch ein drittes Service für Sie. Erstmal die Bestellung jetzt von unserer, die Bestellnummer für unser wunderschönes Silberdekor. Das ist die NC 2950 und die 569. 47,41 Euro. Und nochmal, dieses Silber, das überträgt sich im Licht. Wunderschön. Das sieht man im ersten Moment gar nicht. Da wirkt es eigentlich schon fast wie durchgucken. Ja. Ja, durch das Glas. Wenn dann aber ein bisschen das Licht drauf scheint, dann haben Sie dieses ganz leichten Silbereffekt da drin. Wunderschön, zeitlos eben auch mal für schöne Einsatzzwecke. Und wenn es mal schnell gehen soll, auf einem Kindergeburtstag habe ich trotzdem auch das unkaputtbarste Geschirr, was ich nur haben kann. Aber jetzt kommen wir auf das Thema zurück. Ja. Ecken und Kanten. Ecken und Kanten. Denn es macht sich auch bei manchen Menschen, die etwas moderner eingerichtet sind, gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen mehr Ecken und Kanten in sein Geschirr reinbringt. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem dritten Opal-Glasservice. Und das finde ich auch sehr schön, denn das hat tatsächlich genau diese Ecken, die viele andere runde Geschirre nicht haben. Und das mit diesen schwarzen Designlinien, das finde ich wirklich todschick gemacht. Ja, hier sieht man, dass es zwar, es ist ein rund-eckiger Teller, nicht? Und eckiger Teller, genau. Also die Ecken sind hier abgerundet, aber dafür gibt es dann die gerade Linien. Das gibt ein ganz besonderes eigenes Design. Die Tassen sind genauso, die sind auch viereckig und die Untertassen auch. Und natürlich auch die große Schüssel. Wenn Sie jetzt wirklich auf ein bisschen moderneres Design stehen, also hier kann man überhaupt nichts mit falsch machen, kann man natürlich toll dekorieren mit weiß, mit schwarz, mit kräftigen Farben wie blau, gelb, rot. Je nachdem, was Sie für Servietten auch benutzen wollen oder eben dann auch Tischdeko, die Untersets, alles das kann man wunderbar kombinieren. Aber es hat einfach einen moderneren Pfiff und moderneren Charakter und das überträgt sich eben auch wunderschön hier auf die Tassen. Denn auch die sind eben ganz leicht, naja, rundgeeckt. Drücken wir es mal so aus. Und das sieht wirklich super schick aus. Auch hier wieder Opal-Glas. Normalerweise knapp 70 Euro und das ist für dieses Service auch schon unheimlich günstig. Ich habe es ja vorhin gesagt, zwei Tassen von diesem Hersteller, 16,90 Euro. Hier kriegen Sie auch wieder das 31-teilige komplette Service für 56,91 Euro. Ja, und wenn ich hier das Dissin so ansehe, mit diesen zwei schlichten, sich kreuzenden Linien oder hier diesen zwei schwarzen, die sich dann hier wieder kreuzen und in ein etwas dickeres Ausende kommen und dazwischen dann ein silberner. Das ist eine schlichte Eleganz. Das macht richtig auch Spaß, das anzuschauen. Ja, kein Silberstreif am Horizont, sondern ein Silberstreif hier wunderschön auf dem Teller. Ja, das ist schön, wenn man eine Silberstreif auf dem Teller hat. Ich habe noch nichts gegessen heute. Also bei mir ist die Silberstreif noch am Horizont. Aber hier in der Teller-Show mal verarbeitet und auch hier wiederum ein 31-teiliges Service mit runden Ecken. Mit runden Ecken. Das muss man auch erst mal gesehen haben. Aber der Preis überzeugt einfach alles von Rosenstein und Söhne. Auch hier natürlich mechanische Belastung, thermische Belastung, eigentlich völlig egal, weil hält es ja aus. Das mache ich so gern. Das ist schön, guck mal. Jede andere Tasse wird jetzt schon dringend unsere Handwerkssendung benötigen mit dem AGT Sekundenkleber. Aber leider mit Opal-Class keine Chance. Also es ist extrem robust. Das hat der Kajanum eben zum achten Mal wiederholt. Tasten auf den Boden werfen gehört zu einer seiner Lieblingsbeschäftigung, wenn es um Opal-Glas geht. Alles andere mag er überhaupt nicht. Und das Ganze zeichnet sich daraus, dass es spülmaschinenfest ist. Auch hier wird das Dekor nicht angegriffen von diesem harten Wasserstrahl. Man weiß ja, dass da mit hohem Druck gearbeitet wird im Geschirrspüler. Und das ist für diesen Teller überhaupt nicht schädlich. Außerdem, man kann sie auch in der Mikrowelle benutzen. Das bedeutet, die Farb, die hier oben drauf ist, ist nicht metallisch. Und das ist ganz wichtig, wegen eventuellen Funken. Und es ist ja, weil es so eine extrem glatte Oberfläche hat, auch extrem hygienisch. So, das sind alles die Vorzüge von Opal-Glas. Aber nicht für hunderte von Euros. Nicht für eine Salatschüssel, die ich für 39, 49 Euro nachkaufen muss. Nee, die ist ja bei uns in den Services schon komplett mit drin. Sondern hier unser rund-eckiges Geschirr für mal gerade 56,91 Euro. 31 teile ich, also das bedeutet weit unter 2 Euro pro Teil. Also wenn das nicht günstig ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist ein traumhaftes Dessert. Also mir gefällt dieses Muster sehr, sehr gut. Ja, ich finde es auch gut. Und ich bin der Meinung, dass wir mit diesen drei Services, die wir Ihnen gezeigt haben, dass wir da wirklich drei Sondereditionen haben. Einmal war das mit diesen herrlichen Blüten, mit diesen feinen Goldstätten. Schwarzstreifen. Dann haben wir das Weiße mit dem Silberdekor. Ganz edel. Schick. Das ist schick. Das ist richtig schick. Das ist nicht nur zur Hochzeit. Nee, ganz bestimmt nicht. Noch zur Scheidung. Ja. Nee, dann haben wir das mit dem schwarzen Streifen drin. Ja, stimmt, genau. Dann bestellen Sie sich sozusagen für die Hochzeit das mittlere und für den Rest noch das schwarze dazu. Nee, die sind wirklich traumhaft schön und halten eben wirklich was aus. Wenn es robust sein soll, wenn Sie eben zu Hause, naja, vielleicht noch zwei, drei kurze haben, die ein bisschen robuster mit Geschirr umgehen, dann kann ab sofort nichts mehr passieren. Denn zu den Preisen muss man zugreifen. Wunderschönes Design. Opal-Glas, wir sagen es nochmal. Und alles eben so robust, dass zu Hause nichts mehr in Scherben geht. Schön, ne? Ja, ich finde es toll. Jetzt anrufen. Würde ich auch sagen. Aber dringend, weil sonst ist es nämlich auch wieder weg. Und das wäre schon schade, oder?